Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier. Heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video checken wir den Gegenstand-Shop aus vom 29.12.2020. Oder bevor es losgeht, checkt gerne den Link unten in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal. Wir sind gerade live, Freunde. Also checkt das Ganze aus. Was kommt heute in dem Shop? Let's do the... Wow. Okay. Ähm... Ja, das... Okay, okay, okay. Frohes Neues ist schon am Start. Okay, interessant. Täglicher Shop. God of War skin zurück nach einem Monat. Alle mit 10 Emotes weiter noch am Start. Also God of War-Paket, Freunde, kann ich euch schon mal jetzt sagen, ist nach einem Monat jetzt wieder zurückgekehrt. Kann man auf jeden Fall so mitnehmen, denke ich mal, wenn man da Bock drauf hat. Aber ist jetzt keine große Sache, würde ich sagen, ne? Ich finde den Skin auf jeden Fall, by the way, mega, mega nice. Wir gehen jetzt hier rüber, Freunde. Wir haben hier geschmeidige Moves. War zuletzt vor 53 Tagen am Start gewesen. 30 Mal insgesamt im Shop. Dann haben wir hier Federflatterer. War zuletzt... Ne... Boah, Federverteidiger, meinte ich. Zuletzt vor 106 Tagen drin gewesen und 10 Mal im Shop. Dann geht es auch schon weiter. Smysi, Freunde. 500 V-Bucks zuletzt vor 28 Tagen drin gewesen. Zwei Mal im Shop. Wir gehen weiter zu doppeltes Spiel. 1.200 V-Bucks zuletzt vor 37 Tagen am Start gewesen. 18 Mal im Shop. Dann haben wir Staub von den Schultern. Das von der ist ein bisschen seltener. War zuletzt vor 390 Tagen im Shop gewesen. Elf Mal im insgesamt da. Und hier unten haben wir Royal & Muckis. Auch ein bisschen selten. War zuletzt vor 400 Tagen drin gewesen. Und 18 Mal im Shop. Kann man machen. Feier ich. Soviel zum täglichen Bereich. Wir gehen jetzt hier nach oben. Also heute haben wir ein... Ja. Frohes Neues, wie ihr sehen könnt. Also... Ja. Schon in Party-Stimmung fürs nächste Jahr. Mehr oder weniger natürlich. Mh... Ja. Keine Ahnung. Also... Es ist interessant. Sagen wir es mal so. Also es... Okay. Ist auch ein sehr langer Emote, wie ich jetzt hier sehe. Schade, dass es ja nicht kostenlos ist. Aber so ist es nun mal, Freunde. Wir haben hier heute sehr viele Skins am Start, wenn ich ehrlich sein darf. Sehr viele verschiedene sogar. Ähm... Fangen wir am besten mal hier drüben an mit dieser Assassinen da. Die Assassinen, Freunde, ist nach einem Monat wieder zurückgekehrt. Inklusive der Spitzhacke. Viermal insgesamt im Shop drin gewesen. Kann man machen. Muss man nicht. Ich finde es optisch jetzt nicht so am besten. Sonnvogel, Hypnor und die beiden, äh... Items sind noch auch wieder zurück. Nach 38 Tagen und insgesamt 16 Mal im Shop. Und, Freunde, natürlich nicht zu vergessen, die Rabensachen sind wieder zurück. Die sind nach 57 Tagen drin gewesen und waren bis jetzt insgesamt 30 Mal im Shop. Soviel auf jeden Fall dazu, Freunde. Ich würde sagen, wir switchen auf jeden Fall in den Reddity-Welt-Modus und werden uns abchecken. Wir werden uns anschauen, was daraus in der Wildnis so passiert. Und ob wir da auch eventuell ein paar Neuigkeiten haben oder etwas Neues im Shop. Vielleicht ist dort auch etwas mit Neujahr geplant. Keine Ahnung. Im Lama-Shop haben wir auf jeden Fall welches Lama. Wir haben das super Nahkampf-Lama für 1000 V-Wax am Start. Muss nicht sein. Lohnt sich nicht. Hier ist weiterhin alles gleich geblieben. Und das, meine Freunde, das war es für heute mit dem Video gewesen. Wenn es euch soweit gefallen hat, dann ist mir gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren und zu den Glock-Zack. Wenn ich wäre dann mal so mit raus und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Auch rein geht mit mir, euer Fraps und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.